Wir versuchen ja irgendwie einen festen Boden unter das zu kriegen, was wir tun und da schauen wir schon mal im Duden nach, wo es eigentlich unter Lyrik steht. Und da findet sich dann natürlich eine präzise Erklärung, was Lyrik eigentlich heißt. Aber wenn man weiter schaut, merkt man viel interessanter als diese Erklärung ist eigentlich die Nachbarschaft des Wortes Lyrik. Das steht nämlich nach Lünchjustiz und vor Lyzeum. Und wenn man es recht bedenkt, ist damit das gesamte lyrische Universum eigentlich bereits vermessen. Man muss das dazwischen gar nicht mehr lesen. Und darum glauben wir auch, dass es mit dieser Nachbarschaft zu tun hat, dass Fickstarter im lyrischen Pandemonium, nicht nur in Wien, sondern überhaupt, aber besonders im wienischen Universum immer die waren, die wie der Herr Haslinger die kleinen weißen Schucherl nachgeschaut haben, bis sie langsam im Windfluss aus der Stadt rausgetrieben sind. Und da hat sich atmen, hat gewusst, wer das da ist, der da lauert und wart, da hinten am dunklen, finstern, engen Eck vom Gang, da hinten auf der... ... ... ...